Mein Name ist Alex, ich studiere Dual International Business an der DHBW in Kooperation mit Wilfinger SE hier in Mannheim. Zurzeit arbeite ich in der Abteilung Corporate Communication in Public Affairs und wechsle alle drei Monate zwischen Praxis- und Theoriefase und schaffe es so, schon während meinem Studium wichtige Praxiserfahrungen zu sammeln. Die Abteilung Corporate Communication in Public Affairs ist aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche. Es gibt die interne Kommunikation, die externe und die Marketingkommunikation. Was ich daran so spannend finde, ist, man kommt jeden Tag in die Arbeit hinein und weiß eigentlich nie wirklich, was man den Tag über erwarten wird und weil man immer so viele unterschiedliche, individuelle Aufgaben hat. So zum Beispiel erstellen wir momentan ein Drohnenvideo und stimmen uns hierzu mit den Kollegen aus Schottland ab, was überhaupt umsetzbar ist und was wir am Ende benötigen, um daraus ein erfolgreiches Drohnenvideo zu erstellen. Außerdem pflegen wir verschiedene Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. Hier erstelle ich einen Social Media Redaktionsplan, über den wir schon mal mögliche Events wie Messen oder Firmenveranstaltungen festhalten, die wir dann über das Jahr in Frage kommen, dass wir dazu entsprechende Posts kreieren, damit wir auch einen interessanten Traffic auf unseren verschiedenen Plattformen haben. Der Arbeitsalltag hier bei Corporate Communication ist geprägt durch Flexibilität und Spontanität, aber ich kann bei allen meinen Aufgaben auf die Unterstützung von meinen Kollegen bauen. Was ich an Biffinger so spannend finde, ist, dass Biffinger sich jeden Tag weiterentwickelt. Man kann live dabei sein und viele entscheidende Erfahrungen sammeln und auch den Prozess selbst mitgestalten.